Das ist Sonja. Und das ist Sonjas Solarkraftwerk. Wenn ihr Solarkraftwerk mehr Strom produziert, als sie verbraucht, wird dieser automatisch ins Stromnetz eingespeist. Das lokale Elektrizitätswerk muss diesen Strom vergüten. Doch es zahlt leider zu wenig. Sonjas Solaranlage ist nicht wirtschaftlich. Das ist Felix. Er wohnt als Mieter in einem Mehrfamilienhaus. Sein Vermieter will nicht in eine Solaranlage investieren. Aber Felix will Solarstrom und nicht nur Graustrom mit Atom- und CO2-Anteilen. Leider bietet sein lokales EW kein 100 pro Solarprodukt an. Beide, Sonja und Felix, wollen zur Energiewende beitragen. Und beide wünschen sich eine enkeltaugliche Stromversorgung. Sie haben die Lösung gefunden. Die Stromalment. Ein Netzwerk von Solarstromproduzenten und Konsumenten. Eine Coökonomie unter Gleichgesinnten. Grundsätzlich müssen zwei Dinge unterschieden werden. Die Energie und die Qualität der Energie. Die Energie kommt immer aus der Steckdose. Das lokale Elektrizitätswerk sorgt dafür, dass dies jederzeit und sicher gewährleistet werden kann. Und stellt den sogenannten Graustrom in Rechnung. Die Qualität sagt etwas darüber aus, wie nachhaltig der Strom produziert wurde. Sie wird durch sogenannte Herkunftsnachweise, kurz HKN, garantiert. Die Stromalment stellt diese Qualität sicher. Was heisst das für Sonja und Felix? Sonja verkauft ihre HKN an die Stromalment, weil ihr EW nicht daran interessiert ist. Sie erhält einen gerechten Preis für ihren Überschuss. Felix bezieht diese HKN und unterstützt dadurch Sonja. Beide dürfen den Tarif jährlich mitbestimmen. So gewinnen alle. Eine faire Sache. Die Stromalment ist also ein Solarkraftwerk, verteilt auf vielen Dächern. Gemeinsam und dezentral gestalten alle Teilnehmenden die Energiewende mit. Und wenn alle wie Sonja und Felix handeln, wird der gesamte Schweizer AKW-Sturm durch erneuerbare Energie ersetzt. Und was ist mit dir? Du kannst schon jetzt 100 Pro Solar aus jeder Steckdose konsumieren. Oder als Produzent in die Stromalment einspeisen. Ein Engagement, bei dem du sicher gewinnst. Denn die Sonne scheint für uns alle. Gratis. Du kannst schon jetzt 100 Pro Solar aus jeder Steckdose konsumieren.